Hallo und willkommen zurück mit dem Punkt, der bei mir rumspringt und sich im Kreis dreht, das sieht man. Und der Turby, der wegrennt und sich erst mal das Medikin schnappt, die Sau. Ja, und gerade noch getrunken hat. Ja, und? Du warst nun mal nicht bereit? Ja, ich war nicht bereit, richtig. Schön war aber auch gewesen. Moment, ich kann es kümmern. Oh, verdammt. Hier hinten gibt es ja noch was Schönes, ne? Gibt es? Nämlich eine Kiste. Tadam. Noch ein Raketenwerfer. Alter. Ist aber meiner. Ne, den kriegt unser Fun. Wieso krieg ich den? Weil da Crimson draufsteht. Weil da Crimson draufsteht, da steht Crimson drauf? Hyperion. Stimmt, Crimson. Wir gehen oben lang, wir gehen oben lang, ich will die Kiste oben noch haben. Okay, 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 okay. Du weißt nur, wo die Kiste war? Och Gott, du fragst mich immer Sachen, weißt du das? Dann geh ich die Kiste. Die ist nämlich hier vorne, hier oben. Headshot, Headshot. Gut, ich mach grad Quickscope. Kommt mal, bin ich nicht gut? Ich hol immer gute Sachen raus. Schrotflinte. Richtig. Nein! Ja, okay. Ich bin unten. Also nur dieses Vergleichen ist noch ein bisschen umständlich, find ich. Ja, das hat sich ja erst in zwei dann geändert. Irgendwie hab ich das Gefühl, man schießt auf uns. Nein, tut man nicht. Ah, ah. Keine, nein, 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 man schießt nicht auf euch. Nee. Man schießt auch nicht auf euch. Dann nehmt der Sniper halt auch noch mit. Lauter Granaten. Warte, ich bin runtergefallen. Ja, ich bin sowieso schon im Raum drin und fahre auch. So, ähm, ihr macht das alleine, ich bleib hier. Attacke. Attacke. Der wird so nervig, dieser Typ, ne? Was ist das denn? Oh Gott. Das ist, das ist was. Der kriegt auch einfach überhaupt keinen Schaden, ne? Das ist ja nicht so, dass es... Oh Gott. Ähm. Granaten! Schmeiß die Granaten! Granaten? Ja, gegen, gegen den helfen Granaten. Ohne die Kleinen anzuzünden und dann wegzulaufen. Ah, geh von mir weg! Au, ich wurde von einem der Kleinen angezündet und, und, und vertötet. Vertötet? Vertötet. Wie im letzten Playthrough, ne? Einfach davorstehen und schlagen. Also, ich kann ihn töten, wenn ihr mich lasst. Ups. Ich hab's nicht gemacht. Ich war's nicht. Ich dachte schon. Ne, ich hab ihn gekillt. Keine Sorge. Geld, 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 Geld. Und jetzt? Und jetzt, Plot Twist. Oh. Oh. Sledge. Sledge. Beep. Beep. Sledge. Beep. 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 Sondern halt nicht. Hä? Beep. Ja, ich wollte das Ding betätigen, aber es ging um ihn nicht. Ja. Gab's hier eigentlich auch unbesiegbare Gegner? Ich glaube, ja, ne? Gibt's in Borderlands 2 unbesiegbare Gegner? Ja, in den meisten zwei unbesiegbare. Okay. Terramorphos. Hyperion. Die beiden Hyperion-Typen, genau. Alter, Brick, du läufst richtig schwul. Wartet auf mir. Ja, ihr seid falsch, richtig. Ja. Ich auch. Wir sind im Kreis natürlich. Wir laufen im Kreis. Ja, wir müssen zurück. Okay. Wir sind hier doch richtig. Ja, eben. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Wir können uns abkürzen hier durch. Sterb. Boom. Äh, Brick. Weißt du nicht, Roland? Nein, Brick. Okay. Ich bin gefressen. Ich hab mein Geschütz falsch gestellt. Hört, hört. Geh mir aus dem Weg, danke. Hahaha. Aua, ey. Oh, Mann. Moment. Oh, Mann. Ja, wir können uns nicht bewegen. Drop. So, ich hab' ich da schon mal fehlt. Ich belebe mich mal wieder einfach. Das dauert mir zu lange sonst. Ja. Ich hab' ich mich wieder beleben. Unglaublich, ey. Unglaublich. Ja, wenn man mit euch mal spielt, ne? Vor allem, wenn man mit diesem Turbys spielt, ey. Das ist unglaublich. Das ist voll der Pro, oder? Punkt. Ja, richtig schlimm. Ja, richtig schlimm. Der Pro, ja? Der, der macht die 1-Trilla-7-Lead und so. Ach, Mann. Oh, was hast du denn? Ey, überbüder. So, ich hab' ich schaff' doch nur die SMG-Monie aufzunehmen. Hier wird nicht auch so gut, wie nur SMG-Monie rumliegt, ne? Mhm. Ja. Könnt ihr mal sehen. Und wir sind am Ausgang, yeah. Ich geh' jetzt mal in den Laden. Verkaufen. 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 Ich hab' so nur ein einzelnes Item dabei, was ich verkaufen kann irgendwie, beziehungsweise ich hab' nur ein Schild mit 145 Schild-Energie, was verkaufen wir. Ja, die Taste. Ich vergleiche jetzt die mit. So, und dann holen wir erstmal wieder ein bisschen. Ich darf den Rocket Launcher nicht verkaufen, der könnte vielleicht noch wichtig werden oder so. Im ersten Teil sind die gar nicht so wichtig. Im zweiten Teil sind die halt meistens... Entschuldigung. Im zweiten Teil sind die halt meistens das, was einem so das Leben rettet, aber im ersten Teil sind die, äh, zumeist, meiner Meinung nach, ziemlich ignorierbar. Okay. Okay, okay, okay. Wir machen das mal anders, wir gehen mal hier rüber. Nein, gehen wir nicht, verdammt. Ja, können wir eh nicht, von dem her bedankt. Und DLCs. Punkt, fertig? Nein. Okay, dann warte ich. Und übe ich jetzt nochmal was. In Ruhe. Ja. Wir lassen dich nicht. Wir brauchen die Reise zu Beginn. So. Ich sollte schon treffen, das wäre schlau. Ja. Wenn du dich umskillen willst, das kannst du hier in dieser Dingsküche. Ah, Gott. Steht dann ja irgendwo oben rechts. Ey. Jedes Mal, wenn wir irgendwo anders hingehen, mache ich einfach so 10 Sekunden lang nichts. Bleib einfach nur stehen. Lass du auf, bitte. Achso, ich könnte eigentlich mal gucken, welches Level ich mittlerweile habe. Oh ja, SMG hat schon ziemlich viel. Pistole müsse ich mal ein bisschen hier, aber das kommt bald. Ja, also ich bin bei 5 bei... ... bei... ... äh... ... Rifles. Reise in... ... in... ... in... ... in... ... italieniert. In... ... in... ... in... ... begonnen. Beginntet, wenn dann, ja? Beginntet. Beginntet, okay. Beginntet. Und auch niemals jetzt geht der Spawn, denn wenn wir da lang gehen. Nein, nie. Ja. Wirklich nicht. Hätte ich das gedacht? Mist. Hui, wir sind ja wirklich nicht schlecht gewesen. Na, da vorne sind aber wieder ein paar. Hui. Attack. Genau, Punkt. Wartet. Da oben steht da der Freund wieder. Worauf warten? Granate! Boom! Ja, ich hab sein Schild geschwächt, nur so nebenbei erwähnt, ne? Das... äh... Ich denke mal, es hätte ihn aber trotzdem gekillt. Nein, hättest du nicht. Nein, natürlich nicht. Wir hätten natürlich auch an der U-U-Station wegreisen können, ne? Eben. Nur in die... äh... ... nur in die Dings. Ähm... Wenn wir im zweiten Gebiet sind, erinnere dich. Du musst erst den Generator anschalten, damit das geht. Ach, Gott. Oh ja, macht ein bisschen mehr Schaden. Dezent. Mhm. Der Schläger soll wieder aus der Tür rauskommen. Haha. Ich hab keine Mühe mehr. Nein! Wir könnten natürlich auch einfach die Hände gehen und einfach weitergehen. Ach, Quatsch. Ach so, wir in Borderlands 2, let's play. Äh, stream. Ja, nee, das... Das Problem hier ist einfach, dass die komplett unnötig sind, weil die einfach mal viel zu lausend. Okay, nicht mal. Aber egal. Okay, gegen die zu kämpfen. Gegen die Skacks wiederum schon. Verdammt noch mal. Lauter Sticks. Lauter Money. Weißt du, bei... Oh Gott, einfach... Eifers du'sen. Ah, Aua. Ne, der einzige Forder, das Wichtigste, warum ich Revolver nehmen will, auch mal so nebenbei mal erwähnt, für die Leute, die sich fragen, warum. Fällt mir grad so ein. Ähm, Revolver haben eine um 100% erhöhte Chance, Elementareffekte auszulösen. Als einzige Waffengruppe in dem ganzen Spiel. Wow. Aua, 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 ich bin gleich tot. Stirb einfach, Alphastriss. Ah. Ah, sterb, wie du. 15. Oh. Blu, halt, was geht on? Money, money, money. Ne, Mann, nicht money. Nein. Fast so schlimm, krieg. Ja, oder fast. Lyrischen Texten und allen möglichen anderen Kram. Sag danke, Nippelsalat! Anfängt, der Brennerffekt dann irgendwie einen Schüttelreib aus dem Ärmel zu holen, in der wo es L besteht. Ich nehm mir mal... Okay, ich nehm's mir mal nicht. Ich hätte es gerne das aktuelle Schild, was es gibt. Ist leicht teuer. Okay, okay Ja, ein bisschen So mal 28.000 Das ist schon nicht schlecht So, ich bin bereit und hier Nein, ich bin nicht Bin ich bereit? Ich bin nicht bereit Ach man Jetzt könnte ich bereit sein Wir werden sehen Nee, also ich lade Ich lade ganz normal Ich nicht Aber es liegt trotzdem sehr lange Ah, okay Gut, ich würde sagen, wir sammeln erstmal die Schockkristalle, oder? Ja, das ist ja auch gleich irgendwo die Höhle Wir werden jetzt eigentlich schon die Quister nehmen Was wir natürlich vorher gucken könnten Wäre Wir werden die Quister nämlich auf der Karte angezeigt, ne? Oder? Schon die Doch, bei mir wird was angezeigt Aber da müssen wir irgendwo anders hin Ein Tagebuch fehlt dort auf jeden Fall auch noch Das Tagebuch, da kommen wir später hin Ich fahr nochmal zurück Ich guck jetzt erstmal, ob wir noch was annehmen können an Quests Okay Ich guck dann nochmal die Quests, die gerade neu verfügbar geworden sind Und, ne? Warte! Ich hänge fest Los, go! Ah, da bist du ja Wir fahren mal in die andere Richtung und gucken Ihr könnt doch kurz warten Weil wir müssen die Teile dann eh gleich einsammeln Ja, 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 ich weiß Gibt's die Arena nicht jetzt schon? Die Arena gibt es noch nicht Die Arena Doch, könnte sein Die Arena gibt's jetzt noch nicht Ja, gibt es Ah, ah, ah War nicht so schnell, bitte Okay, wir können wieder zurück Jetzt haben wir die Quests Ähm, wir können auch Wir können auch Und nochmal Ähm In das Gebiet, wo die anderen waren Moe und Amale töten Die beiden Skags Der Säure und der Feuer Ne, der Schock und der Feuer Skag Deswegen sag ich ja Und zurück Achso, du meintest die Na dann Gut Kimmt er hier Was machen wir hier? Puh, was zur Hölle? Seid ihr bereit? Nein, warte, jetzt bin ich bereit Ich weiß es nicht Bin ich bereit? Moment, ich guck mal nach Was? Hm, es lädt ziemlich lange Nein War ja okay Ich hab grad aus Versehen mal Meine Dose fast umgeschmissen Deswegen muss ich die erstmal wegstellen Aber hörte sich ja leer an Hm? Hörte sich ja leer an Ja, so wie Die ist auch fast leer Aber da ist noch halt ein bisschen was drin Ja, ja, renn halt Ich bin dann mal weg Ich auch Ja, natürlich Komm, nimm den Gegner hier vorne nochmal mit Ich würde ja sagen Viel Spaß da vorne Das Problem ist nur Wenn ich mich hinten heile Mit meinem Skill Krieg ich vorne die XP nicht Ja Ja Oh, der Exploitte ist das blöde Fass neben mir ey Hinter dir, hinter dir Du kummest dich um den Ich kümmer mich um die anderen Ah, sterb Ja, wenn er mich nicht hättet, ne Dann hättest du Wären wir schneller Ja Hättest du schneller ab? Hätten wir wen anderes Und C da oben Hast du immer noch Deinen Gegner nicht getötet Das ist nicht meiner Ja, natürlich ist es deine Aufgabe Mit dem Sniper da oben Den Gegner zu besiegen Hier gefallen gelassen geworden Tut und tun Getäten, Taten Tut und tun Sind wir bereit für Bob und Marley? Bob und Marley? Ja Okay Marley und Oder wie heißt der andere? Äh, Bob Mo Mo und Marley Marley wäre bock Ne Bob und Ach, egal Marley ist ein Typ Ja, richtig Mob? Wieso ein Mob? Bob Mann Ja Gott, der hört nicht zu Ne, warum auch? Weiß ich nicht Vielleicht, warum wir schon über 15 Minuten haben Maybe Ja, das könnte natürlich sein Wir sollten uns vielleicht ein Stück zurückziehen Ja, ich bin schon dabei Weiß gar nicht, was ihr habt Äh Okay Während wir uns zurückziehen Und uns keine Gegner folgen Bis auf diese einer Skeg So, also Während wir uns zurück Wenn uns keine Gegner folgen Aber die Granaten sind diesbohrt So, wieder neue Ähm Würde ich sagen Äh Bis zum nächsten Mal Ja, bis zum nächsten Mal Bis dahin Tschüss 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 snowja